Wie viel haben du dir gegeben? Zwölf Monate. Dir? Mehr. Hey! Die Lüte ist also nicht bei mir. So sieht man sie wieder. Immer noch da. Und du? Du meinst bei mir? Die stecken die vom KZ im Bau. Könnt ihr das wegmachen? Was für's denn werden? Mach einfach. Was sollen wir machen, Hans? Alles. Alles, was wir wollen. Was für's? Was für's? Was für's? Was für's? Was soll's stoppen, der bot? Komm her. Ich kann dir helfen, mir nur. Wenn du willst. Was fährt der weg? Nun hast du mir keine Einhaut. Was ist ab?